So, ich bin jetzt auf dem Weg zum MDG Fest, zum radioläufigen Turnier in Pioneer und ich bin mega gehypt. Wir haben mega die coolen Sponsoren, wir haben Games Island als Sponsor, mega cool, wir haben Ultimate Guard als Sponsor, auch wirklich, wirklich nice und natürlich Kartmarke. so so So, ich bin jetzt hier mit dem guten Mirko, der hat das zu 95, 99, 99,999% mit organisiert bzw. alleine organisiert mit deinem Team. Richtig? Richtig, richtig. Also die Vorarbeit habe ich glaube ich zu 100% geleistet, aber jetzt vor Ort ist natürlich das Team noch mit da. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Wir haben die erste Runde hinter uns. Wie lief es bei dir? Gut, gut. Also ja, ich habe gegen einen guten Spieler gespielt, aber am Ende habe ich dann 2-1 gewonnen. Ich bin glücklich. Dann können wir ja nächste Runde hinter uns spielen. Ja, spielen wir gegeneinander? Vielleicht. Vielleicht. Wer weiß. Es ist auf jeden Fall mega und es macht mega, mega viel Spaß. Also es ist wirklich ein sehr, sehr cool organisiertes Turnier und auch von der Location ist ja Wahnsinn. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Wir haben den Bahnhof gefühlt da drüben, wir haben einen Parkplatz da drüben. Wir haben einen riesen Grund, ihr habt ja Bilder gesehen, ihr seht ja Bilder die ganze Zeit und ich berichte ja auch die ganze Zeit danach noch, wie es gelaufen ist. Deshalb wisst ihr sowieso alles, wie ich verloren habe und so weiter. Aber ja, nochmal offiziell vielen, vielen Dank auch an dich, dass du das Ganze so organisiert hast, auch in unserem Namen von Radio Offenacker. Gerne. Und das ist auf jeden Fall wirklich cool. Ich hoffe, man kann da nochmal was gemeinsam machen. Ich hoffe, man kann da nochmal was. Das bringt uns auf. Jetzt schon. Ich kann das verwenden. Alles, was sie hier sagen kann und wird gegen sie verwenden. Toll. Soll, ich habe den Judge von heute hier. Hallo. So von der Organisation. Du warst ja schon in ein oder zwei Turniere gejudgetiert. Wie war das? Wie war das heute? Lief das gut? Das lief gut. Das war ein bisschen entspannter, als ich gewohnt bin. Trotz Competitive. Aber ja, keine großen Probleme. Ja. Und soweit alles geschafft. Alles super. Willst du noch Werbung für deinen Podcast machen? Absolut. Wenn ihr Marvel Champions spielt, Marvel Champions. Die Abteilung für Übermensch ist recht. Super Podcast. Super Podcast für Marvel Champion. Ansonsten gucken wir weiter, was Magic so geht. Super Podcast. Ich bin mit dem Gewinner hier. Der hat gewonnen. Raktos mit Wrench. Gut, Raktos mit Wrench. Wir haben auf der Hinrunde gegeneinander gespielt. Und auf der Rückrunde im Top 4 wurde ich dann von ihm verprügelt. Und dann hat er gewonnen. Ja, das war die Revanche für die Vorrunde. Ja, das, ähm, ja. Ich habe gleich wieder gekriegt. Vom Turnier her, wie fandest du es für dich? Ich fand es super gut. Ja? Also, er hat echt Bock gemacht. Auch die Organisation, dass das alles so schön geklappt hat. Okay. Du bist nur hierher, weil Random Valve bei dir in der Gegend war. Natürlich. Hab ich richtig gehört. Ja, ich habe das so mitbekommen. Hey, Ludwig Safer ist ein Pionier-Twin. Oh Gott, da wohne ich ja näher. Da kann ich ja hingehen. Gut. So kriegt man auch Leute hierher. Dementsprechend. Ja, so kann man natürlich auch gewinnen. Ich glaube, ihr habt da soweit mit reingemacht. Dann ist der Dirk. Das ist unser Judge. Hoi. Und ja, dementsprechend sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020